Hey Leute, seit sieben Monaten habe ich es angekündigt, unser Equipment-Vorstellungsvideo. Ihr habt lange drauf gewartet, aber jetzt ist es soweit. Hier ist alles aufgereiht, was wir benutzen. Kameras, Objektive, Mikrofone und so weiter und so fort. Das alles werde ich euch gleich hier genauestens vorstellen. Aber dieses Equipment-Video allein hatte schon seine ganz eigene Geschichte. Das habt ihr vielleicht im Vlog gesehen. Aber bevor ich jetzt hier weiter drum herum rede, Leute, was wir hiermit alles anstellen, dazu geht es gleich mal ein kleines Bestes. Viel Spaß! Ihr habt es gesehen, das ist die Art von Content, die ich lange Zeit komplett alleine produziert habe und seit zwei Monaten eben jetzt auch mit Philipp zusammen hier als Teamspielkind. Und das alles machen wir nicht mit irgendwelchen krassen, großen Kameras oder so, sondern alles mit ziemlich kleinen Kameras eigentlich. Also ganz klein ist unser Equipment jetzt mittlerweile nicht. Über die Jahre ist es gewachsen. Aber was ich einfach am Anfang dieser Vorstellung euch sagen möchte, es kommt nicht auf das Equipment an. Je besser das Equipment ist, desto krasser kann natürlich die Bildqualität sein und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass euer Gesamtvideo gut funktioniert. Die Story ist wichtig, eure Ideen sind wichtig. Und auch wenn man nur mit dem Handy filmt, kann man schon sehr fette Sachen erreichen. Also lasst euch nicht irgendwie erzählen, man braucht das krassene Equipment, um gute Videos zu machen. Das geht auch so. Aber ich mache das jetzt seit sieben Jahren und habe das Glück mittlerweile, so ein riesen Arsenal hier an Technik angesammelt zu haben und benutzt auch sehr gerne. Und ihr interessiert euch dafür, deswegen stellen wir das eben hier heute vor. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Mikro, mit der neuesten Sache, die wir hier benutzen. Das hier ist unser Voice-Over-Mikrofon. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir experimentieren auch immer weiter und haben immer neue Ideen, die wir sozusagen hier benutzen für die Vlogs. Und dieses Mikro benutzen wir, um im Nachhinein sozusagen einfach noch was zu vertonen, um die Geschichte weiterzuhören, Sachen, die wir vielleicht vor Ort vergessen haben oder die man erst in der Nachbetrachtung gut erzählen kann. Das machen wir hier mit diesem Mikro, das stellt man sich einfach eben hin und spricht dann da, also rein kommt noch ein Popschutz vor und es geht dann sozusagen direkt ins Schnittprogramm rein. Dazu kommen wir aber hier gleich später noch mit dem Laptop. Dann geht es weiter mit verschiedenen Mikrofonen. Eins davon habe ich hier auch gerade an. Das ist das Rode Lavalier-Mikrofon. Ganz normal Rode Lavalier. Hier noch, das ist das Rode NT-USB. Also, alle Produkte, die wir benutzen, verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Eins muss ich noch sagen, Leute. Alle Produkte, die hier sind, bis auf eine Sache, habe ich selbst gekauft. Komplett selbst gekauft. Hier, die Drohne kommen wir gleich noch zu. Die habe ich von DJI damals kostenlos bekommen. Ansonsten ist jede einzelne Sache, ich vergewissere mich gerade, ja, jede einzelne Sache habe ich selbst vom eigenen Geld gekauft. Kein Rabatt, irgendwas. Es ist kein Place, mehr nichts davon. Alles selbst gekauft. Aber ja, dieses Mikro ist eben auch so ein Ansteckmikrofon, so wie das hier. Das hier ist allerdings ein DPA, die genaue Nummer, die 4080 BM. Das ist ein sehr qualitiv hochwertiges Mikro, aber mit Richtmikrofon. Deswegen ist es umständlicher als, sage ich mal, die hier mit Kugelcharakteristik. Benutzen wir ein bisschen seltener. Das ist sozusagen eher unser Standard-Mikrofon, die Rode Lavalier-Mikrofone. Und die gehen über eine Funkstrecke. Das sind diese Sachen hier. Davon haben wir drei Stück. Eins hat Philipp gerade an. Der kann auch gerade mal Hallo sagen, wahrscheinlich deswegen. Hallo. Hört mal hier hinter der Kamera. Der hat auch schon eins an. Der kommt dir gleich auch noch vor die Kamera. Aber das funktioniert sozusagen hier drüber. Also das Mikro geht einfach über das Kabel, geht dann hier rein. Und der sendet das Ganze dann über Funk hier ran, an diesen Empfänger. Und der wird an die Kamera auch wieder mit einem Kabel angeschlossen. Und so habt ihr sozusagen Sound. Weil das Wichtigste beim Mikrofon ist nicht, dass man das beste Mikrofon hat, sondern die beste Position. Das heißt, wenn das Mikrofon hier sozusagen direkt beim Mund und hat eine ziemlich ideale Position. Ja, ich bin kein Soundtechniker. Das kann man noch besser positionieren und so weiter und so fort. Aber das ist schon relativ gut, weil es einfach nah ist. Und das ist viel wichtiger, als dass man ein super gutes Mikrofon hat, was aber vielleicht drei Meter weg ist. Deswegen, wenn immer es geht, sollte man das Mikrofon von der Kamera runternehmen und sozusagen näher an die Person ranbringen. Bei Vlogs ist es schwer, solche Ansteckmikrofone zu benutzen, weil man halt immer hin und her schwenkt. Deswegen benutzen wir da eher solche Mikrofone. Das hier ist ein Sennheiser MKE 400. So, ich muss alles hier aus dem Kopf sagen, weil es steht ja irgendwie nicht drauf. Aber es ist, wie gesagt, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Und das habe ich lange Zeit benutzt, hier mit Mikrokabel. Mittlerweile benutze ich eins, was ein bisschen eine schlechte Qualität hat, nämlich das Sony... Da weiß ich wirklich nicht, wie es heißt. Sony Shotgun-Mikros auf jeden Fall, was über den Multimedia-Interface-Schuh direkt mit der Kamera kommuniziert. Das heißt, es geht kein Kabel ab, sondern es geht so direkt an die Kamera drauf. Ihr seht schon hier, ich kann es ja mal ranmachen an die Kamera. Es ist einfach hier direkt verbunden. Kein Kabel braucht es, kriegt den Strom direkt von der Kamera. Das heißt, es passiert nicht, dass ein Mikrofon auszusehen aus ist oder sonstiges. Es ist immer an. Und ja, der Ton ist ein bisschen schlechter als von dem Sennheiser hier. Aber dafür muss man sich nicht so viele Gedanken drum machen. Und deswegen ist es so ein bisschen Go-To-Mike. Und noch eine Funktion, man kann die Kamera so halten einfach. Und werden jetzt auch mal sagen, es ist nicht so gut vielleicht. Aber dadurch kriegt man viele gute Shots und Get the Shot. Das ist so ein bisschen das Motto von Team Spielkind. Man muss einfach ein bisschen Risiko gehen. Und auch wenn es, sag ich mal, total nass ist, nehmen wir die Kameras mit. Weil es geht darum, die Shots zu bekommen. Und wenn man immer so super vorsichtig ist, dann bekommt man diese Shots einfach nicht. So, dann haben wir noch weitere Mikros. Das ist einfach nur ein großer Windschutz. Das hier ist ein Rode VideoMic X. Stereo VideoMic X. Und das ist ein bisschen professionelleres Aufsteck-Mikro. Das kann man auch mit Mini XLR betreiben, statt mit dem Kabel. Und das ist ein Stereo-Mikro. Und ein bisschen hochwertiger noch als die anderen. Das benutzen wir zum Beispiel bei Rennen. Und wenn wir sozusagen Motoren, Sound, Stereo, Atmosphäre einfangen wollen, dafür ist das Mikro halt ganz gut. Aber häufiger benutzen wir die richten Mikros, weil die einfach eine gerichtetere Wirkung haben. Kein Stereo, aber halt wer vor der Kamera ist, den hört man besser. Hinter der Kamera ist dann ein bisschen schwerer wieder, ein bisschen blöd. Aber meistens ist man halt vor der Kamera. Deswegen das hier. Dann geht es weiter mit dem Gimbal. Das hier ist ein Beholder DS1. Und das war der erste, mit der erste Stabilizer, der für diese Art von Kameras hier geeignet war. Den habe ich damals aus China importiert. Und war glaube ich mit der erste Vlogger, der sowas benutzt hat für so eine große Kamera. Mittlerweile gibt es da viel bessere Versionen von. Die hier zickt halt immer rum, hat so ihre eigenen Macken. Wenn sie funktioniert, ist es geil. Aber in letzter Zeit sind die Macken leider sehr viel geworden. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir noch was Besseres finden. Die sind super kompliziert. Man muss es immer hier schön ausbalancieren, alles. Die neuen Versionen sind ein bisschen einfacher. Aber wenn es funktioniert, ist es geil. Es ist nur super nervig, die zu benutzen. Und es fällt dann immer alles hier so blöde zusammen. Und alles, ihr seht, das ist nervig. Aber wenn es funktioniert, dann ist es gut. So, ich mache mal gerade an hier. Das ist, ihr seht, hört sich nicht gut an, ist nicht gut. Das muss immer ausbalancieren, das hier sein. Bisschen nervig leider, das Ganze. So, jetzt habe ich hier schon richtig viel vorgestellt. Ich möchte eigentlich langsam mal den Philipp dazuholen. Philipp, komm mal hierher. Denn mittlerweile ist eben, wie gesagt, bin ich nicht mehr alleine bei Team Spielkind, sondern der Philipp, oder mit Katja hat mir natürlich auch mal viel geholfen. Aber jetzt ist Philipp mit dabei sozusagen als ständiges Mitglied. Und wir beide machen zusammen jede Videos und können auch das ganze Equipment zusammen benutzen. Du kannst auch zum Gimbal sagen, ne? Sau nervig. Ja, das stimmt. Also vor allem, weil wir auch die AQUA-Swiss-Platten hier unten drunter ja immer austauschen müssen. Weil es da nochmal eine Sonderplatte gibt. Also AQUA-Swiss, ich weiß nicht, ob das immer. AQUA-Swiss ist einfach so eine Stativplatte, eine bestimmte standardisierte Größe. Und wenn man eine andere Größe, also die passt halt nicht hier einfach dann. Da muss man umschrauben mit Münzen dran und aufschrauben. Und dann springt es immer aus der Gewichtung raus. Und manchmal ist es ein bisschen kompliziert, aber ja, es ist ein bisschen so eine Hassliebe so irgendwie mit diesem Gimbal. Weil man halt supergeile Schotze mit hinkriegt. Dann eine Sache hier, die auch noch zu dem Thema kompliziert, aber geil. Das hier ist unser Slider. Den habe ich jetzt auch schon über ein Jahr, glaube ich. Und am Anfang halte ich wenig Minuten, im U-Fall immer häufiger. Das Gute ist, warte, halt mal so ein bisschen mit. So, hier kannst du die Kamera rauf machen und dann kann die hier so längs fahren. Elektronisch gesteuert. Und das hier kann sich auch noch drehen. Das heißt, man hat eine Fahrt und eine Drehung dabei. Ja, stellt euch mal vor, die Kamera fährt hier längs und dabei kannst du auch noch so eine Drehung machen. Das gibt alles ziemlich coole Fahrten. Haben wir zum Beispiel bei Zeitraffern hier im Ufo benutzt, wenn man das alles halt direkt, kann man hier auf diesem Teil vorne einstellen. Und ja, das kann man halt für Zeitraffer ziemlich gut benutzen. Sieht dann geil aus, aber ist sehr aufwendig. Deswegen haben wir es relativ selten mit und relativ selten packen wir es aus. Aber wenn wir es auspacken, ist es halt immer noch ziemlich geil. Deswegen haben wir das. Dann Akkus. Jede Menge Akkus. Super viele Akkus. Hier, das sind nur vier der Akkus von unseren Hauptkameras. Wir haben sieben Stück davon. Die laden wir dann auch immer nachts dann immer, teilen wir immer auf. Ja, ein paar hier, ein paar da. Überall sind sie. Wir haben drei normale Aufladegeräte hier. Die sind dafür, dann kann man sich in den Kameras aufladen. Da sind wir immer voll am Start. Dann haben wir hier noch weitere Batterien. Das ist auch für die Funkstrecken zum Beispiel. Oder für Licht. Hier haben wir auch noch so ein LED-Licht, was sozusagen ein bisschen mobil ist. So kann man hier sozusagen, ja, hat man hier auch einmal noch ein Licht. Kann man zum Beispiel blenden, wenn man irgendetwas möchte. Richtig hell ist das, ne? Sieht ihr das? Das ist richtig hell. Ich finde ich gut, ja. Aber, also es kommt nicht so rüber bei euch, aber es ist sau hell. Es sind leidig. Es hat auch verstellbare Farben. Also ist sozusagen alles dabei. Ja, für White Balance auf jeden Fall praktisch, ne? So. Aber dafür brauchen wir, braucht man viele Batterien. Das sind die hier. Die muss man noch nervig aufladen. Aber so ist das. Dann haben wir hier vorne GoPros am Start. Drei Stück sind das, ja. Die wir schon öfter kaputt gekriegt haben. Ah, ja, ja. Hier vorne sieht man auch wieder, das ist auch wieder hier kaputt, ne? Ja, das ist wieder kaputt. Das ist einfach kaputt. Das ist ein Gummischnitzel da vom, ich weiß nicht, wie heißt das? Wie heißt das auf Deutsch? Also nicht österreichisch. Die sagen immer Gummischnitzel irgendwas. Ja, von den Reifen, von der Crossbow, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, so Gummiabrieb, also der Reifen nutzt sich aber auf der Rennstrecke. Dann ist so einfach so ein Gummiteil, das fliegt dann hoch durch die Luft. Bam! Hier gegen und es reißt immer auf dieser GoPro, weil es irgendwie, weiß nicht, bei den anderen Kameras passiert das nicht, von, weißt du, dieser Racing Kameras. Die können wir euch nicht zeigen, weil die sind am Rennwagen immer noch dran. Genau. Aber können wir vielleicht mal in einem Racing-Blog zeigen. Das ist auch das, was die Telemetrie aufzeichnet und so, ne? Genau, ja. Da ist sozusagen über GPS-Locker funktioniert das und letztlich ist es mit dem Auto verbunden. Über eine Schnittstelle, dann kriegt man noch die Drehzahl und Geschwindigkeit und wie viel mal auf dem Gasbäder draufsteht, wie viel Prozent, sowas alles. Aber genau, davor haben wir eben die GoPro-Schnitzel und die sind immer kaputt gegangen. Und da muss man das Teil hier austauschen und das ist richtig nervig. Und das Dreh hinten haben wir auch hinbekommen, dass es kaputt gegangen ist. Ja, die sind auf beiden Kameras kaputt. Einfach nur wegen Gummischnitzeln. Ja. Richtig nervig. Aber, ähm, ja. Aber gut, wasserdicht sind sie trotzdem. Ja, haben wir ausgeführt. Ich dachte, die sind jetzt riesig, aber sind da. Dann haben wir noch eine Crash-Cam. Unsere Crash-Cam ist einfach noch heil. Noch eine kleine GoPro, ja. GoPro-Session. Aber die ist einfach, ja. Die ist immer noch heil, obwohl die sozusagen eigentlich für die schwierigsten Sachen ist, wo man denkt, ja, könnte kaputt gehen. Dafür ist die da. Die ist ein bisschen günstiger, ein bisschen geschützer und so weiter. Dann, das ist, ich habe jetzt nicht alle Mounts hierher geholt, weil dann wäre der ganze Tisch voll von der GoPro. Aber das ist der Favorite-Mount von uns. Und zwar ist es so ein Hand-Mount. Und dafür, ich weiß gar nicht, der Name nicht, aber in der Beschreibung wird stehen. Den kann man sozusagen auf seine Hand in der Form hier rauf machen. Und hat dann, kann die GoPro hier rauf machen. Und kann die GoPro auch drehen. Und kann sozusagen hier einfach auf der Hand sich einfach rumdrehen. Damit haben wir zum Beispiel die Aufnahme gemacht, wo Cati bei dir mit dem Crossbow mit drin war. Richtig. Stimmt. Und das ist einfach eine super easy, weil die kann man nicht ewig weit rausstecken. Man kann auch einfach weiter irgendwas machen. Deswegen ist der Mount einfach King. Und den benutzen wir dafür sehr viel. Mount für die Hauptkameras hier. Ja. Ist eigentlich zum einen halt Stativ. Tun wir hier rauf. Kann man dann wie so ein Selfie-Stick benutzen. Hält man sozusagen so hin. Das benutzen wir ab und zu nicht so häufig. Geht, ja. Das ist so das Stativ, was ich halt immer mithabe. Auch zum Beispiel Neuseeland, als ich Sternteile es gemacht habe, habe ich es hier mitgemacht. Das ist nicht ideal, dieses Stativ, weil es ja trotzdem halt relativ windanfällig ist und so weiter. Aber es ist einfach super klein und deswegen habe ich das halt häufig mit. Aber so viel benutze ich es nicht. Wir filmen meistens eher aus der Hand. Meistens, also wenn wir Selfie-Style filmen, einfach so meistens. Halten wir so die Kamera und filmen so. Und wenn man es gegenseitig filmt, dann ganz normal. Zum Beispiel auch über den Sucher kann man filmen. Apropos Timelapse, unsere Auto-Timelapses, machen wir alle mit dem Teil. Sprich Sorgknopf unten, nee, doch unten und an die Scheibe ran. An die Scheibe ran. Wir haben jetzt das Panoramadach in der E-Klasse und da kann man hinten das einfach dran machen. Und dann richtet man das hier alles aus. Man hat verschiedene Einstellmöglichkeiten, um es genau gut auszurichten. Und dann machen wir einfach eine Timelapse damit. Dann die Windschutzscheibe vorne in der G-Klasse haben wir es auch gemacht. Wenn ich mich alleine im Auto bin und mich selbst filme, damit ich nicht beim Fahren die Kamera halten muss, dann mache ich das sozusagen in die Windschutzscheibe vorne und richte die Kamera zu mir aus. Das ist auch eine ganz coole Perspektive. Und dadurch, dass es zwei Saugknäpfe sind, hält es auch ein bisschen besser, ein bisschen stabiler. Auch noch nicht perfekt, aber viel besser schon, als wenn man nur einen Saugknäpfe hätte. So. Kommen wir doch zu dem, was ich bisher noch nie genutzt habe. Fällt mir gerade auf. Die Drohne? Die Drohne? Ja, ich bin immer selbst geflogen. Stimmt. Ja, oder? War ich schon mal dabei? Ja, warst du. Ja, bei KTM zum Beispiel. Stimmt. Ja, hast recht. Also, erzähl du mal. Du kannst noch wissen, was dazu sagen. Das hier ist meine Go-To-Vlogging-Drohne. Ich habe zwar auch noch die Phantom 4 zum Beispiel, eine größere Drohne, aber ich benutze, seitdem ich diese habe, nur noch diese hier. Denn sie ist klein. Also, schaut euch das an. So ist sozusagen die Flug bereit. Ja, aber man kann das Ganze hier ziemlich schnell sich einfach sozusagen hier so zack und zack. Und dann machst du den hier noch rein und den hier noch rein. Und schon ist das Ganze richtig klein. Und dann ist da, ja, kannst du es in so eine kleine Handtasche reintun und dann ist das Ding fertig. Und die Qualität ist immer noch auf jeden Fall nutzbar. Nicht perfekt, aber nutzbar. Und es hat ein sehr gutes Gimbal hier vorne drin, dass es noch ziemlich stabil bleibt. Und ja, man steuert es einmal mit dieser kleinen Fernbedienung, wo man auch sein Handy unten rein tut fürs Bild. Kannst kilometerweit weg damit fliegen. Darf man gesetzlich gar nicht, ja, aber die Technik ist super gut. Und ja, also fürs Vloggen gibt es eigentlich keine bessere Drohne. Es gibt jetzt noch eine kleinere. Die hat eine schlechtere Qualität, ne? Die Spark. Müssen wir auch nochmal ausprobieren, wie gut die ist. Die kannst du halt noch leichter mitnehmen. Und noch mit der Handsteuerung. Und mit der Handsteuerung alles. Aber das ist so, müssen wir mal gucken, ob das sich für uns lohnt. Aber die ist auf jeden Fall für uns schon mega, mega geil. Dann, was hier vorne seht ihr es, ja? Hier noch einmal ein Selfie-Stick. Ja, benutzen wir den auch, aber ultra selten. Also ich benutze so selten den Selfie-Stick. Ich glaube, bei einem Kajak-Ding habt ihr das ja auch. Ja, da haben wir es benutzt, genau. Aber ansonsten möchte ich es so selten. Apropos Kajak. Das, obwohl wir kommen erst zu den Laptops, wie ich sage, ne? Na, können wir machen hier. Kajak, so. Genau. Das ist ein Unterwasser-Gehäuse, also nicht Gehäuse, Tasche für diese kleine Kamera. Das ist die Kamera, die ich bei der Mini-Tour, bei der Mini-Long-Hour-Tour benutzt habe als szenische Kamera, sage ich mal. Ich habe mir eine Lecra gefilmt, diese ganz old-school-Vlogging-Kamera, die jetzt auch gar nicht immer hier ist, weil ich benutze die einfach nicht mehr. Alles zu Hause ist nicht im Ufo, deswegen nicht wundern, dass die nicht da ist oder meine 5D ist auch nicht hier, weil die benutzen wir einfach nicht mehr aktiv zum Vloggen normalerweise, sondern das alles, was wir hier aktiv benutzen, liegt sozusagen auch wirklich gerade hier. So, das ist diese Kamera. Vorteil davon, du kannst sozusagen hier das Display ausklappen, du siehst dich selbst. Ja, da könnt ihr mal sehen, so sieht das hier aus, wo wir gerade filmen und was ihr da, könnt ihr das sehen, Leute, ja? Ihr habt hier oben, haben wir nämlich noch einen Rekorder dran und so weiter, ein Ton ist alles da am Start. Dazu aber später mehr. Was ich gerade sagen wollte, ist, das hier packt man hier rein in dieses Gehäuse, so eine Tasche einfach, macht man luftig hier zu und dann kann man halt unter Wasser damit filmen, bis zu, keine Ahnung, 2, 3 Meter. Da kannst du nicht richtig tauchen, aber du kannst ein bisschen unter Wasser gehen damit und das damit zum Beispiel einen Kajak benutzen. Das hat eine bessere Qualität als mit einer GoPro, aber trotzdem ist es noch relativ kompakt, du kannst es dir umhängen. Es ist sehr nervig, leider zu benutzen, weil du kommst immer schlecht an Zoom und alles ran, aber es ist, macht schon mal ein bisschen bessere Aufnahmen und dafür benutzen wir das sozusagen. Genau. So, aber jetzt können wir da vorne hin, Leute, nämlich zu wirklich eigentlich mit dem wichtigsten Bestandteil, erst mal das da drunter, erst mal die Laptops. Wir haben beide ein 15 Zoll MacBook Pro, nicht das neueste mit der Touch Bar hier unten. Das ist sogar mal eins. Das ist Philips hier. Ja, das ist das. Wir haben sogar die Passwörter jetzt beide gleich eingestellt, damit wir die immer wieder zwischendurch tauschen können. Das Einzige, warum man es erkennt, dass du hier... Ich habe irgendwie irgendwas da dran geklebt. Ansonsten müssen wir eine fette Team Spielkind-Aufkleber-Rehrer machen. Eigentlich schon, also einmal richtig durchbranden. Aber das sozusagen, hiermit machen wir alles. Ich gehe mir eigentlich mal direkt hier, ne, ähm, nicht mal rauf. Und direkt Final Cut auf. So, das ist unser Schneideprogramm, Leute. Wir schneiden alles mit Final Cut, wir beide. Drainen auch alles in Final Cut und, ähm, also Color Creation und so weiter und rennen dann damit raus. Das alles machen wir 100% damit und, ähm, das ist einfach für uns das perfekte Programm, weil es ziemlich schnell raus werden ist. Es ist perfekt optimiert aufs Macbook Pro. Es gibt Windows Laptops, die haben mehr Leistung, ähm, und da könnte man zum Beispiel mit Premiere schneiden, was ich früher gemacht habe. Ich bin aber seit der China-Reise gewechselt auf Final Cut Pro, es war eine harte Umstellung. Ich habe gestöhnt und geflucht, aber es war, ja, es war so hart, weil alles anders ist. Aber ich sage euch, es lohnt sich. Man ist danach, also für so ein Vlog-Flow ist es so viel schneller, weil man einfach gute Möglichkeiten, um mit Shortcuts, ich mache so viel mit Shortcuts, ähm, mit I und O wählst du was aus. Packst du mit Q, W und E, packst du an die richtigen Stellen rein und switchst da durch die ganze Zeit, ist einfach supergeil und, ähm, ja, ist für ein Vlog-Workflow perfekt. Und so schneiden wir einfach immer beide zusammen, ähm, häufig entweder am, wenn wir zurückkehren an zwei verschiedenen Vlogs halt, oder, ähm, wenn wir gerade aktuell sind, dann schneiden wir am selben Vlog. Fängt einer vorne an und einer fängt hinten an und dafür ist dieser Lifesaver da. Dafür ist diese Vestpa, Leute, die ist der Wahnsinn, das ist keine Festplatte, das ist eine SSD. Dieses kleine Mini-Teil hier, hier drauf passen, sage und schreibe, zwei Terabyte und das Ganze geht über USB 3. keine Ahnung wie viel, ja, äh, so schnell. Also wir kopieren hier unsere Mediatheken, sind dann immer so 50, 60 Gigabyte groß von einem Tag. Mindestens. Alles drin ist, ja manchmal auch mehr. Und die kopieren wir echt innerhalb von drei Minuten, kannst du von interner Festplatte oder SSD auf diese SSD gehen. Und so schicken wir es einfach hin und her sozusagen und können die ganze Zeit dann sozusagen unsere Fortschritte teilen miteinander und schneiden sozusagen. Und, äh, können häufig dann haben wir am Vlog dann über zehn Stunden Zeit, die wir pro Vlog brauchen, aber wenn wir zu zweit sind, nur fünf jeweils, dann geht das Ganze halt wieder. Da kann man sich Zeit sparen. Apropos, ähm, Zeit und Akku und all so'n Zeug, dafür haben wir das hier natürlich, ne? Richtig. Auch ein Lifesaver, den hat Katja uns besorgt. Das ist für lange Autofahrten. Das geht einfach hier so in diesen, äh, Autoanschluss, zwölf Volt oder was das ist. Da packst du den rein und, ähm, dann kannst du den hier anmachen. Er hat einen eigenen Lüfter und macht dann irgendwie so eine Magie. Und dann hast du hier zwei USB-Ausgänge und einen ganz normalen, eine ganz normale Steckdose. Da kann man dann einfach Laptop-Ladegerät reintun und, äh, hat dann damit Strom. Und so können wir sozusagen auch, teilen wir dann die ganze Zeit hin und her, haben wir im Auto dann auch die ganze Zeit sozusagen Strom. Und das haben wir jetzt echt auf den langen Autofahrten, grad nach den Rennen, wenn wir nach Hause fahren, sitzen wir dann beide da. Beide mit Laptop am Start, äh, Kati fährt vorne oder Autopilot fährt und dann steilen wir die ganze Zeit und nutzen das sozusagen. Ähm, ja, ohne das wird's wahrscheinlich nicht funktionieren. So, sind wir jetzt schon bei den Kameras eingelangt? Ich glaub schon, ne? Ich glaube, wir haben wirklich euch alles vorgestellt, was hier auf dem Tisch liegt. Ähm, das einzige was wir noch haben, ist, äh, hier vorne sozusagen, wir haben extra, wir filmen nicht mal mit unserer eigenen Kamera, sondern wir haben, müsst den Vlog dafür gucken, dann seht ihr das, wir mussten die Kamera von, äh, von Freddy, von Sturmwaffel ausleihen, damit wir sozusagen, ähm, unsere eigenen Kameras hier vorstellen können, weil das ist, glaub ich, etwas, was ihr definitiv sehen wollt. Ähm, aber ich zeig euch das mal kurz mit, mit unserer Hauptkamera. Das ist sozusagen unsere normale Vlogging-Kamera. Hier seht ihr jetzt das Setup. So sieht das aus, wie wir grad filmen. Wir haben hier unseren, äh, Atomos Shogun Inferno Recorder. Der nimmt das Signal von der A7S II von Freddy auf. Äh, haben wir noch unsere Funkdecken dran, das sind dieselben wie diese hier. Und, äh, ja, der nimmt das alles auf, wir sehen uns da auch. Und, äh, hier sitzen wir. Das ist sozusagen das Set mit noch, äh, ähm, ähm, Soft-LEDs. Die packe ich euch auch mal in die Beschreibung, wie die, äh, wie die heißen. Und noch was, was wir momentan noch nicht finden, ist irgendwie meine Schuld, keine Ahnung, ist, also wir haben einmal das Stativ, aber obendrauf kommt ein Fluid-Kopf. Sprich, damit kriegen wir diese... Ein Videoneiger beim... Genau, ein Videoneiger, genau. Damit wir diese schönen Schwenks kriegen, wenn Felix und Katja im Crossbow gerade mit, was weiß ich, wie viel Kmh gerade entlang ballert und ich dann einen schönen, smoothen Shot kriegen kann. Äh, irgendwie müssen wir den finden. Den finden wir nicht. Wir finden nach Hause genau und dann irgendwo verloren. Aber wir finden den wieder, Leute. Der kommt eigentlich da hin, ansonsten haben wir grad eben einfach nur so einen Kugelkopf dran. Ähm, ja. Das dazu. Jetzt brauche ich diese Kamera hier aber wieder weg. Die werden wir gleich vorstellen. Das ist nämlich unsere Hauptkamera. Und, ähm, ich würde sagen, ich fange mal bei den... Ähm, die Kamera haben wir ja schon, unsere kleinen hier, G7X. Dann, äh, Vocus haben wir schon vorgestellt. Warte mal. Die G7X. Ja. Ist die G7X nicht irgendwie mit daran schuld, dass wir uns überhaupt kennen? Weil ich hab darüber ein Video bei dir gesehen, glaube ich. Genau. Ah, ich kann nicht schon vorher. Habt schon vorher ein Video verlegt. Ach, vorher sogar schon. Aber davon hab ich auch ein Video bei dir gesehen. Ah, ordentlich richtig. Auf jeden Fall hab ich, ähm, ähm, hab ich dann noch hier diesen Camcorder. Den haben wir auch bei den RAM Minutes. Der hat einfach einen super großen Zoom. Das heißt, du hast ganz weit rein Zoom, ist super stabil. Ähm, weil das ist einfach so ein krasses Stabilisierungssystem, äh, hat diese Linse hier. Und, ähm, das, äh, ja, damit kann man einfach sehr weit zoomen. Dafür ist das gut. Ein bisschen spezieller Einsatzzweck. Die Bildqualität ist schlechter als von allen anderen Kameras, die wir haben. Deswegen benutzen wir es nur relativ selten. Ja. Die Facecam und die frühere Ramble Cam, ähm, ist das hier. Ist eine Panasonic GH4. Hat einen klappbaren Bildschirm. Ganz gute Zoom-Range und trotzdem ziemlich klein und leicht noch. Kann 4K aufnehmen. Das haben wir immer für Ramble früher benutzt. Apropos Ramble, Leute. Es wird wieder kommen. Es ist versprochen, diesen Sommer gibt es wieder regelmäßig Ramble. Ähm, früher haben wir diese Kamera benutzt. Jetzt würden wir wahrscheinlich eine von denen hier benutzen. Ähm, und vor allem auch noch den Shogun Inferno, diesen Recorder. Weil wir damit auch XLR und alles noch direkt reinballern können. Ähm, dafür ist der Recorder da. Oder halt für solche Sessions, dass wir uns selbst sehen können und eben alles machen können. Ähm, ja, soviel dazu. Ähm, und genau, warum so ein Kabel rauskommt, das ist, damit man ständig Strom dran hat. Das ist für die Facecam einfach wichtig, dass man das hat. Und jetzt ist es, glaube ich, soweit. Jetzt kommt es zu der meistgestellten Frage seit 10 Jahren. Gefühlt seit ich Vlogs mache. Ey, welche Kamera benutzt du? Das ist die Frage, die immer gestellt wird so. Es geht nicht darum, wie machst du das Video, wie machst du das und das. Nee, welche Kamera? Genau, was hast du dir dabei überlegt? Nee, welche Kamera? Mit welcher Kamera machst du das? Also erstmal das Wichtigste, es kommt mehr auf das Objektiv an, als auf die Kamera selbst. Also du kannst eigentlich mit vielen verschiedenen Kameras mit demselben Objektiv ein ähnliches Ergebnis erzielen. Ähm, die ganze Charakteristik des Bildes wird alles durch das Objektiv bestimmt. Deswegen, Hauptaugenmerk solltet ihr eigentlich eher auf das Objektiv legen. Ähm, und die halten auch länger. Objektive kauft man sich, kann man vielen verschiedenen Kameras benutzen. Und Kameras kommt halt dann alle paar Jahre, kommt ein deutlich besseres Modell heraus und dann wechselt man wieder. Objektive bleiben. Genau. Und vor allem kann man mit Objektiven auch auf gewissen Art und Weise auch Geschichten erzählen. Weil mit einem reingezoomten, kannst du einen ganz anderen Bildlook geben, wie mit einem Weitwicklung. Ganz klar halt, ne? Also wenn du sozusagen eine lange Brennweite benutzt, ja. Also zum Beispiel ein, das ist jetzt noch nicht super lang, ja. Aber hier zum Beispiel ein 85mm Objektiv. Ähm, so ein leichtes Tele. Das heißt, es ist, ähm, ja, wenn ich hier stehe und jetzt so auf euch sozusagen gehe, dann wäre nur noch die Kamera drauf. Wenn ich jetzt allerdings mit so einem Objektiv hier filmen würde, ähm, was hier gerade drauf ist, ein 18mm, dann ist der ganze Raum zu sehen. Genau. Und dadurch gibt's hier eine ganz andere Bildwirkung und wie du gesagt hast, entweder man ist mittendrin mit dem Objektiv hier, oder man ist eher so der Beobachter von draußen und hat auch viel mehr, ähm, Tiefen und Schärf und so weiter. Aber, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter drum rum reden, Leute, das hier sind die beiden Teamspeakent Kameras, die wir jetzt seit, ich jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, benutze. Ich glaube, eins seit, äh, fast zweier, äh, die hier seit fast zwei Jahren und die hier seit anderthalb Jahren. Die wurde auch zwischendurch geklaut, ne? Die wurde, die S wurde geklaut, das ist nur hier schon die zweite, ja. Die wurde zwischendurch geklaut in Amsterdam, ähm, inklusive diesem Objektiv, das musste ich alles selbst neu kaufen, und keine Versicherung hat gezahlt, das war richtig, richtig, richtig bitter. Ja. Aber was soll's, Leute, show must go on. Dementsprechend hab ich dann, äh, muss ich das alles mir selbst wieder besorgen. Ähm, aber ja, was sind das für Kameras? Das hier ist eine Sony A7R Mark II. Und bevor ich mit der gevloggt habe, hab ich mit einer Canon 5D Mark III gevloggt. Da war alles komplett manuell, hab ich alles mit diesem Objektiv hier, das ist das Tamron 15-30mm f2.8 gefilmt. Ein richtiger Brecher. Das hatte zusammen, das allein hier wiegt über ein Kilo. Dann hab ich damit auch die 5D, das waren dann insgesamt mit Stativ zusammen, was ich dann so getragen habe, so Brille-Pod-mäßig, das waren drei Kilo. Das ist schon heftig. Das war heftig. Dann bin ich dann sozusagen irgendwann umgeswitcht auf diese, äh, Sony A7R Mark II ist auch Vollformat. Ja, das heißt hier, könnt ihr sehen, ist sozusagen ein schöner großer Sensor drin. Und der Autofokus ist, äh, ziemlich gut. Man sagt ja immer, die A7S ist eigentlich die Videokamera und die A7R eher die Fotokamera. Äh, Punkt ist aber, die haben fast dieselbe 1080p-Qualität und fast dieselbe 4K-Qualität. Einziger Unterschied ist, die A7S ist viel besser in Lowlight. Das heißt, wenn es Nacht ist, wenn es dunkel wird, man kann ISO hier viel höher stellen, ohne dass es zu viel rauscht. Dementsprechend kann man hier bei Nacht viel besser filmen, aber die hat einen viel schlechteren Autofokus. Und, ähm, deswegen haben wir sozusagen zwei Kameras. Ähm, die A7R ist halt viel besser zum Vloggen so, weil die hat einen guten Autofokus und man ist eigentlich immer scharf. Und, ähm, meinen manuellen Fokus habe ich früher gemacht mit der 5D, aber es ist so viel besser, wenn man einen Autofokus hat. Dann, Mikro habe ich vorhin schon erzählt, das ist dieses Sony, was, äh, hier einfach so drauf ist. Ihr seht auch, das ist ein bisschen kaputt, also man kann das hier mal so ein bisschen bewegen. Jetzt sollte ich nicht zu sehr, dann geht es kaputt. Das ist schon sehr, habe ich runtergefallen. Ist, äh, Kati auch mal kaputtgegangen. Und, hast du nicht auch mal eins kaputtgemacht? Ne, mein Bruder hat eins kaputtgemacht. Ne, ich hab noch eins kaputtgemacht. Dir ist das Kaputte nochmal kaputtgegangen. Doch, was hab ich gemacht? Ich hab das hier kaputtgemacht. Mir ist die runtergeknallt und dann habe ich hier so eine riesen Wacke rein. Aber das ist wieder, get the shot wieder. Ja, ist so. Du musst halt, wenn du super vorsichtig bist, dann kriegst du die Shots nicht so. Dann bin ich auch gegen den GT4 gelaufen. Gegen was? Achso. Gegen die GT4 und dann zackst die Kamera. Ich so, nein! Aber, ihr seht, ihr werdet bei uns nicht sehen, dass wir unachtsam mit den Kameras umgehen und die irgendwie einfach runterfallen und wenig das Equipment achten, sag ich mal. Aber, man muss trotzdem, man muss in die Situation reingehen, man muss versuchen, was Gutes zu filmen. Ansonsten kriegst du halt irgendwie den guten Shot nicht. So, das ist einfach ein Punkt. Da muss man, und deswegen, ja, hat alles hier seine Macken, überall sind hier Sachen dran. Aber trotzdem, bei uns fällt nicht irgendwie einfach auch so sehen, weil wir nicht drauf achten, was runter, sondern weil wir einfach immer, wenn du immer in der Action bist und immer versuchst, die besten Shots zu bekommen, dann fällt dir halt irgendwo was runter. So, was ist aber sozusagen die Kombi, die wir hier benutzen, hauptsächlich zum Vloggen? Meine Go-To-Kamera zum Vloggen ist eben die Sony A7R Mark II mit einem Zeiss Bartes 18mm Weitwinkelobjektiv, Festbrennweite mit einer 2,8er Blende. Das Ganze erlaubt mir, dass das Bild einen relativ viel Tiefenunschärfer hat, das heißt, um mich drum herum ist ziemlich viel unscharf. Ich finde, es gibt eine ganz schöne Bildcharakteristik und auch dieses Zeiss Objektiv hat einfach, es wirkt einfach schön, finde ich. Es hat einfach eine schöne Optik, Lensflares sehen ganz geil aus, die Farben sind gut. Das ist einfach so ein Objektiv, das ist immer ein bisschen subjektiv auch zu beschreiben, hat einfach so seine eigene Charakteristik immer und das finde ich bei dem Zeiss Objektiv eigentlich ziemlich cool. Viele Vlogger benutzen die A7R oder A7S und benutzen aber eben genau das Objektiv, was ich am Anfang auch benutzt habe, bevor das hier rauskam. Das ist ein 16-35mm f4 und das auch von Zeiss, aber Zeiss Sony, eine Kooperation. Und das Problem an diesem Objektiv ist, jetzt alle Vlogger gut aufpassen, bevor ihr euch auch alle das hier holt, aber das hier hat einen sehr klinischen Look. Es sieht alles, ich filme übrigens gerade mit dem von... Ja, stimmt. Genau das Objektiv hier benutzen wir gerade auch zum Filmen, das ist das Objektiv, was auch der Freddy hat. Das ist halt praktisch, du hast 16-35mm, du hast sehr weitfängig und du hast noch ein bisschen normale Brennweite auch noch mit dabei. Du hast halt einfach einen Zoom. Bildstabilisierung auch. Bildstabilisierung ist auch noch mit dabei, die dann kombiniert wird mit der internen Bildstabilisierung, die diese Kamera auch hat. Aber auf jeden Fall besser, als wenn man keine im Objektiv hat. Blender f4, das heißt, es ist mehr scharf im Hintergrund. Es sieht weniger besonders aus. Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund, wir haben gleich gerade auf 7.1 eingestellt, einfach weil das Objektiv dann noch ein bisschen schärfer ist. Und im Moment sieht man sozusagen, da vorne scharf, hier scharf und dahinten auch noch ziemlich scharf. Und das ist eben, wenn du eine höhere Blende hast. Und wo war ich jetzt stehen geblieben, Leute? Auf jeden Fall dieser klinische Look von Zuhörssicherheit ist einfach, es sieht alles, es sieht super aus. Es sieht gut aus, aber es hat keinen Charakter irgendwie. Es sieht sehr perfekt aus, sag ich mal. Und ein bisschen kalt vielleicht auch und sehr scharf und es ist ein gutes Objektiv, aber es hat einfach nichts Besonderes. Und deswegen finde ich, sieht es immer so ein bisschen normal aus. Das haben wir nicht so oft benutzt, also fast kaum eigentlich. Ich habe es früher immer benutzt, bevor das hier rauskam. Aber eben, seitdem ich das hier habe, benutze ich es gar nicht mehr. Das ganze Gegenteil von dem ist wiederum das 24x4. Das ist ein weiteres Go-To-Objektiv von uns. Das ist so ein Canon-Objektiv, also für ein Sigma-Objektiv, aber für Canon-Mount. Das heißt, wir haben hier einen Adapter dran, das ist ein Sigma-Adapter auch. Das heißt, hier ist nicht direkt sozusagen an der Kamera dran das Objektiv, sondern der erste Adapter. Und dann kommt das hier ran. Im Foto-Modus funktioniert sogar der Autofokus relativ gut. Im Video-Modus leider komplett gar nicht. Kannst du vergessen, kannst du nicht benutzen einfach. Dementsprechend musst du selbst den Fokus sehen und das ist bei 1.4 nicht so leicht. Philip ist da immer auf jeden Fall eifrig dabei am drehen. Und wir haben viele Videos gemacht und habt ihr auch gesehen, es ist dann häufiger mal unscharf bei 1.4. Aber wir finden, es gibt einfach einen coolen Look so. Definitiv. Es ist nicht perfekt, so gerade, wenn man irgendwie hinter jemanden herläuft. Aber wenn es alles passt, sieht das Bild super geil aus. Es ist extrem lichtstark. Du kannst wirklich bei absoluter Dunkelheit bei der A7S mit dem 1.4 Objektiv filmen. Und ja, es ist 24 Millimeter, das heißt bisschen näher dran. Wenn wir auf 100 Frames filmen, das heißt Zeitlupe, dann croppt diese Kamera nochmal 2.2 mal rein. Also 2.2 Faktor. Und dann bist du weiter drin. Und dann wird sozusagen ungefähr 50 Millimeter Objektiv hier raus. Ja. Dazu hat sich auch die A7S so ein bisschen entwickelt. So ein bisschen so die Bcam und natürlich die Abendcam, sag ich jetzt mal so. Richtig. Wenn es nachts ist. Aber so alles, wo wir so diese ganzen Cinematics und diese Zeitlupen, diese schönen Bilder, sag ich jetzt mal, machen wir fast alles mit der A7S. Ja. Oder? Richtig. Eigentlich sagst du sozusagen eher meine Kamera, die ich so zum Vloggen so benutze. Und wenn man mal schnell einfach mit Philipp filmt, auch schnell hinterher, hier, da, man muss alles sehen, Autofokus. Das machen wir hier mit. Und für die speziellen Aufnahmen nehmen wir die A7S mit mehr Zeitlupenfunktion und mehr besseren Zeitlupenfunktionen. Und eben, ja, dann nutzen wir speziellere Objektive wie eben hier das 24-1-4. Oder was wir auch sehr häufig nutzen, ist das hier. Ein wunderschönes weites Objektiv, nämlich das Zeiss Bartes 85. Das ist genau dieselbe Linie wie dieses Objektiv. Und der große Vorteil daran ist, dass sie sozusagen auch von der Charakteristik her ähnlich sind. Und die sind beide sehr leicht. Das habe ich bei dem noch nicht gesagt. Das Objektiv ist auch deutlich leichter, obwohl es fast genauso groß ist. Wie das, ne? Stimmt. Wie das hier. Und je weniger Gewicht du hast, desto einfach kannst du es rumtragen den ganzen Tag. Ja. Auch eine gute Sache. Und eben bei dem hier 85mm f1.8. Nicht f1.4, aber f1.8 immer noch sehr gut. Und bildstabilisiert. Ein Traum für Video. Das heißt, du kannst aus der Hand relativ stabile Aufnahmen machen mit dem hier. Und ja, du hast auch Autofokus. Aber das nutzen wir meistens eher mit manuellem Fokus, weil wir es eben an der S benutzen. Und die hat eh keinen guten Autofokus. Und ja, das macht aber sehr szenische, sehr schöne Aufnahmen. Wir sind immer begeistert nachher, wenn wir das Ergebnis sehen, wie schön es einmal aussieht. Das stimmt. Ja, also haben wir jetzt auch sehr oft wirklich für die ganzen KTM-Rennens und so benutzt. Aber was auch noch im Tele-Bereich reingeht, ist das hier, ne? Ja. Und noch kurz zum 85er. Das habt ihr auch häufig gesehen bei der ZDF-Doku. Stimmt. Wenn Philipp da so Behind-the-Scenes-Sachen aufgenommen hat, aus der bisschen weiter entfernt, sind die schönsten Aufnahmen eigentlich immer hier mit gewesen. 85er Objektiv. Ist nicht, kannst du nicht mit so vloggen, weil da bist du viel zu nah dran. So, es zoomt sozusagen ganz weit ran, so für Laien gesprochen. Aber das Bild ist einfach top. So, dann geht es weiter mit dem 24 bis 240, Leute. Wenn ihr viel zoomt braucht, dann nehmt ihr das hier. Ihr seht das Ganze schon. Das ist ein ganz schöner Brummer. Und 24 Millimeter hat sozusagen den gleichen Blickwinkel wie dieses Objektiv am Start. Allerdings nur mit einer 3,5er-Blende. Und wenn man dann hochgeht, dann ist es nur noch eine 6,3er-Blende. Aber dann geht man bis 240. Und damit kannst du sozusagen richtig weit zoomen. Also kannst du da hier vorne ins Fenster reinschauen und so weiter. Ist auch für die Rennen ganz cool, weil man eben auf den Rennwagen da ran zoomen kann und so weiter. Man ist super flexibel, aber nicht so lichtstark. Und genauso wie dieses Objektiv hier, dieses 16-35. Es sieht einfach sehr klinisch aus. Das ist ja diese Sony-Size-Objektive, diese Mischung von denen. Das ist gar nicht Sony-Size, das ist nur Sony. Nee, das ist nur Sony, ja. Aber diese Sony-Objektive, die sind einfach immer, nicht immer, aber häufig sehr klinisch. Und fällen mir nicht so diese E-Mount-Objektive. Ja. Und es gibt auch krasse von denen, ne? Also zum Beispiel 85er 1.2, äh 1.4. 1.4 G-Master. 1.4 G-Master. Die ganzen G-Master. Wir haben ja von Dennis das 70-200er. Das ist auch geil, ja. Das war sehr gut, ja. Aber ja, diese, die sind einfach zu klinisch hier. Dann ist es 15-30, habe ich gesagt, habe ich früher benutzt. Supergeil, es ist nur super schwer. Aber das vereint so ein bisschen die Charakteristik von dem hier. Ist ja 18-2,8. Aber du hast trotzdem den Zoom-Faktor von dem hier. Und du hast trotzdem 2,8 und Bild stabilisiert. Das hier, meine Damen und Herren, ist ein Monster-Objektiv. Was monstergeil ist, was ich früher immer benutzt habe. Aber man hat keinen Autofokus daran, weil es halt auch adaptiert ist von Canon. Also es ist ein Tamboran 15-30, aber ein Canon-Mount. Und es ist ein supergeiles Objektiv. Es hat supergeile Flares. Ich finde einen sehr schönen Bildeindruck, gerade in Kombination mit der 5D. Es ist aber leider einfach, es wiegt 1,1 Kilo. Und wenn wir es hieran machen, dann hat es keinen Autofokus. Und deswegen benutzen wir es relativ selten. Aber saugeiles Objektiv. Wo du mit der 5D gevloggt hast, hast du auch alles manuell gemacht? Alles manuell gemacht, ja. Es war immer ungefähr eingestellt auf 0,5, 0,6 Meter Entfernung. Dann wusste ich, dass es ungefähr die Entfernung, wo ich scharf bin. Und es sah immer eigentlich ganz cool aus. Ich kann es ja gerade mal im Hintergrund einblenden. Aber das Bild ist viel unschärfer als jetzt mit den A7R, mit denen wir jetzt eben filmen. Und es ist auch nur 1080p 25 statt 50. Wir filmen eigentlich immer in 50 Frames, um auch Zeitlupe machen zu können. Deswegen filmen wir auch nicht 4K oder nur selten. Gerade filmen wir 4K, weil gerade brauchen wir keine Zeitlupe. Sondern wir filmen nur sozusagen statisch. Deswegen machen wir 25. Leute, das war unsere komplette Equipment-Vorstellung. Es hat jetzt über eine halbe Stunde gedauert. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch. Aber ihr wollt euch einfach in aller Tiefe hier sozusagen alles erklären. Und ich bin mir ziemlich sicher. Es sind trotzdem noch Fragen offen. Wenn ihr welche habt, dann schreibt ihr uns unten einfach rein in die Kommentare. Und dann wird es auf jeden Fall in der näheren Zukunft, ich verspreche nicht erst in sieben Monaten, sondern in der näheren Zukunft, wird es nochmal vielleicht ein Update-Video geben mit euren Fragen zum Equipment und so. Vielleicht können wir da euch ein bisschen helfen. Das ist jetzt echt das erste Mal, dass ich mein ganzes Equipment hier vorgestellt habe. Ich hoffe, es war interessant für euch. Jetzt seht ihr, wie wir sozusagen produzieren. Wir sind eigentlich vor Ort, siehst du halt das ganze Equipment ja nicht so alles in Rucksäcken und so weiter. Aber hauptsächlich rennen wir einfach dann. Einer hat die Kamera in der Hand, einer hat die Kamera in der Hand und dann mit Team Spielkind geht's ab. Dann drehen wir und dann machen wir was. Und dann machen wir unsere Vlogs, die wir eben hier auch laden, die ihr euch anschaut. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns supportet, dass das hier alles eben wegen euch möglich ist. Danke dafür. Es wird in der nicht allzu fernen Zukunft ein weiteres Upgrade zu unserem Equipment geben. Was das ist, Leute? Wer hat eine Idee? Es wird auf jeden Fall krass, das kann ich nochmal sagen. Aber noch bleiben wir bei dem hier. Aber es dauert nicht lange, dann wird da noch was dazukommen. Aber mal schauen. Das war's auf jeden Fall. Das war hier unser kleines Überblick-Video. Wir sehen uns im nächsten Vlog dann in den nächsten Tagen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und mach's gut. Ciao. Ciao. Aber warte Leute, ich hab noch eine Sache. Haben wir noch vergessen. Ich hol's grad. Wow. Eieieiei. So. Okay. Das ist ein Rucksack hier. Und hier. Das Teil hier. Ich bin mir ziemlich sicher. So viele Fragen danach. Was ist das für ein Rucksack? Wird immer gefragt, Leute. Diese Teile hier. Philipp kann einmal die Kamera hier ran tun. Hier hält jetzt die Kamera sozusagen einfach am Rucksack dran. Man kann jetzt den Rucksack aufziehen und die Kamera hängt einfach hier sozusagen runter. Das ist ultra praktisch. Und das ist ein Peak Design Clip. Oder Peak Design Capture. Ja, Capture. Peak Design Capture. Ich schreib's auch mal unten rein in die Beschreibung. Und ja. Die zieht man einfach dann sozusagen hier wieder raus. Hat die Kamera da. Super praktisch. Gerade wenn man mit zwei Kameras unterwegs ist. Benutzen wir auch immer. Ja. Und jetzt glaube ich. Sind wir durch. Das war's von Team Spiegel, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye. Vielen Dank.